Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute aus Sachsbach-Walden. Ist das richtig? Ja, genau. Wir sind heute hier, weil wir einen Trail entdeckt haben. Und zwar wegen Radio Bike Video. Du hast ein Video eingeschickt, richtig? Du bist der Marvin. Ja, ich bin der Marvin und auf YouTube CrayBikerMTV. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich fahre jetzt seit ein, dreiviertel Jahren ungefähr und macht richtig Spaß. Geil, geil, geil. Genau, du hast ein Video eingeschickt von dem Trail, wo wir gerade sind. Und wir wollten uns das Ganze mal anschauen und auch gleich unser neues Format euch vorstellen, was wir uns schon seit, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahre, oder? Drei Jahre mindestens. Ewig. Ewig überlegen wir uns schon irgendwie Zuschauer oder Abonnenten zu besuchen und die Homespots vorzustellen. Du hast ja nicht den Trail hier selbst gebaut, ne? Ja, das ist vom Verein eben. Vom Verein, ja. Aber du fährst den ganz oft, genau. Sehr gemerkt. Also es ist wirklich ein Hometrail eigentlich trotzdem, ne? Ja, aber nicht selbst gebaut. Nicht weit weg und perfekt. Genau. Und wir haben uns einfach überlegt, dass wir quasi von euch die Trails vor Ort besuchen kommen. Und ja, das ist heute quasi der erste Versuch. Und auch gleichzeitig einfach, wie gesagt, jetzt hab ich mal einen Ausschnitt von der Radio Bike Video-Folge. Alter, wie geil sieht der Trail aus, bitte? Mitten im Grün? So ein Trail? Ja, habt ihr gesehen, da bin ich voll ausgerastet und ich will unbedingt vorbeikommen. Deswegen, ja, jetzt sind wir hier. Jetzt ist er hier, ne? Jetzt sind wir hier. Deine ganze Crew hast du auch dabei? Ja. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, und jetzt würde ich sagen, haben wir einen geilen Tag. Film ein bisschen von außen, ein bisschen mit der GoPro. Let's go. Ab geht's. Sendet. Hier rein. Du bist aufgarst. Wir müssen Leute, wir müssen はいzen Spider. Ich werde mal oder? Nero! Nero! Junge! Ah! Rattach, Junge! Junge! Du hast den Schein! Wuh! Ach du Scheiße! Das ist das für ein Trail! Das wird immer besser, klar! Die Reaktion wollte ich sehen. Was ist mit dir eigentlich los? Du bist ja cool am senden! Ich wollte eigentlich noch dubbeln, aber er hat zu wenig Speed. Wir fahren zweimal. Wir fahren hoch und fahren nochmal. Also, nee. Der hat Manual Landing gemacht. Ist der geschissen? Nein, voll Scheiße! Baby, can't you see that? I wanna go, and I wanna know. Do you wanna follow? Ja! 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 Ich bin auf. Ja! Oh Mann! Ah, das Wetter ist so geil, man. Hammer, ey. Jetzt ist gerade voll. Alter! Alter! Junge! Alter! 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 What the fuck! What the fuck! What the fuck! What the fuck! What! What the fuck! Der kommt da vorne rechts, kommt so ein Baumstamm, kannst links umfahren, kannst ja nachher gucken. Danach am besten direkt weiter, weil da kommt so ein Sprung für uns beide. Junge, was ist das denn hier für ein Trail? Nee, bleib gerade nicht weg. Ich tue nix. so freunde noch mal ein kurzes päuschen und dann gibt es noch mal die letzte abfahrt auf dem wie heißen die trails eigentlich? Alpes Barra, Schwarz 2 Trail. Und der da ganz oben? Das ist die Fahrt 2. Wo man da auch hin? Ja, der fährt zum Fahrt 2. Sehr geil, also macht euch bereit für die letzte Abfahrt. Let's go. Wechsel. Oh, ich hätte das gar nicht verruft gehabt. Leg mich am Tümpel. Irre. Los geht's! Ja! 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 Oh! Oh ne! Ja! Samal! Alter! Ja! Oh! That's right! Yeah! Please get referring it to after everyone's getting one of the board, so I'm going to catch this only to 20 or something. I'm just going to get my next signal on the front 20 times today. I'm just going to get my next signal on the front 20 times today. I'm going to get a lot of two minutes. I'm going to get a lot of two minutes. I'm going to get it. I'm going to get a little bit of a coordinate. I'm going to get a little bit of two cameras. I'm going to get a little bit of a one. I'm gonna get a little bit of a cable today. I'm going to take a little bit of another. Okay, Freunde, das war's für heute. Richtig, richtig geiler Tag. Danke dir für die Einladung. Kein Problem. Immer wieder gerne. Ich würde fast sagen, eigentlich stimmt mir glaube ich zu. Also ich würde fast sagen wirklich, dass es der beste Trail ist. Weil die Länge, der Flow... Der ist schon extrem geil, ja. Also mir ist erstmal klar, dass wir auch noch einige Sachen entdecken müssen in Deutschland. Deswegen Freunde, falls wir euren Homeschwimmer besuchen kommen sollen, schreibt's in die Kommentare. Würdest du sagen, wie dir der Tag gefallen? Richtig geiler Tag, also kann ich nur weiterempfehlen, alle in die Kommentare schreiben. Dass wir zum Besuchen vorbeikommen, meinst du? Ja, genau, genau. Und wie war es jetzt deinen Erwartungen entsprechend? Gleich. Wir haben ja quasi geschrieben, wie sieht's aus. Genau. Der Schwell sah schon geil aus in welcher Bike-Video. Kann man da mal vorbeikommen? Und dann hast du gedacht, okay, jetzt kommen die Trail-Teilsteuerungs. War das jetzt alles so, wie du gedacht hast, oder? Ja, auf jeden Fall sehr cool mit den Jungs. Ja, ja, ja. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Genauso? 1-2. Ja, also ähnlich. Ehre, Ehre, Ehre. Okay. Gut, dann haben wir es glaube ich. Wie heißt du auf Instagram? Marvin BKO. Oder YouTube? Ja, wir können da gerne folgen. Oh, oh, oh. Ist so typisch. Ich hab ja noch nie einen 3-Namen hochkommen gesehen. Da mach ich einmal. Was ist das? Das hätten wir sein können eigentlich mal Road-Chip. Vielleicht so. So, hau noch kurz raus. Wie ist dein Instagram-Name? Also Instagram Marvin BKO und auf YouTube greybiker MTB. Würde mich freuen. Es ist verwirrend. Du musst unbedingt den Namen gleich machen. Ja, das checkt sonst keiner. Okay. Also Instagram Marvin BKO und dann auf YouTube greybiker das. Nein, du musst einen einheitlichen Namen wie beides haben. Achso. Ne, ich mein, das war richtig gesagt. Das war jetzt nur ein Tipp von meiner Seite aus. Dass du in beide Kanäle die selben Namen nimmst. Ja, okay. War jetzt nur als Tipp gemeint. Schau vorbei, Freunde. Ihr könnt auch ein Video anschauen über die Radio Bike-Videofolge. die wir aufgenommen haben. Dann könnt ihr den Kollegen auch kennen. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Video. Stay in touch. Ciao. 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 Batter. Uber. Farb. Vielen Dank.